Ich liebe die Mucke hier. Hat echt was. So, schön alles untersuchen wieder. Pan-Killer, wer hat welche? Der Flur, der existiert in GTA 5, das weiß ich. So, gehen wir mal hier in den Raum einzeln und durch. Gucken wir was wir finden. Wir finden auf jeden Fall hier irgendwas. Ja. Daphne Bernstein, ein recenter Divorce, macht die größte von ihr und Marcella macht die größte von ihr. Ich wollte nicht... Ich wollte nicht über das denken. Ich dachte schon, wer schießt denn da? Ah. Booze, Coke, Pills, you could get whatever party favor you wanted on this vessel. Okay. Party is over? Oh, was macht ihr denn da zu dritt auf dem Bad? Das ist ein grosses Bad. Es war etwas, die diese Leute anzunehmen, außer dem guten, old-fashioneden Socialist-Zeal. Was waren sie denn da zu dritt auf dem Bad? Ich nehme alles zurück. Das ist ein grosses Bad. Wir können ruhig auf drei Leute rein. Es macht nicht Sinn. Warum würden sie die Jewel und die Wände öffnen? Es hat mir nicht geschah, was die anderen Cargo an Bord sein könnte. Ich gebe dich nicht mehr an Bord. Was ist das? Ich bingio. Krieg dich. Krieg dich. Krieg dich. Kriege dich. Na komm, den nehm ich jetzt hin. Und wieder hoch. So, sieht man noch besser. Was ist das? Scheint mir doch ein bisschen fishy. Ah, hier waren wir am Anfang, ne? Das ist diese Bar vom... Ja genau, genau, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das habe ich gesehen. Und ja, auch das existiert so in GTA 5. Ich weiß nicht, ob es so groß war, aber ich meine, das war hier auch so. Was ist das? Ich musste ein paar wertvolle. Ach Gott. Oh, das ist ja... Was ist das? Fuck! Me! Tja, das wars. Habe ich auch extra gemacht, ehrlich gesagt. Was ist das? So. Daphnes Schiff war immer gestoppt. Fuck! Fuck! My Life! Das werde ich nicht hinkriegen. Gerade weil man ihn von hier aus nicht sehen kann. Oder? Ah, da kann man ihn ganz kurz sehen. Ah, doch! Ich habe seinen Fuß erschossen. Motherfucker, ey! Meine Waffe. Kann ich spielen? Mann, fick dich! Fick dich, Spiel! Ja! Ja! Das war jetzt alles nicht so gut. Pass auf. Ist hier noch was? Nope. Das Boot war gut angepasst. Alter! Alter! Ich habe den Boot! So, pass auf. Warten wir den im... Den... Den... Den ins Typen. Heute werde ich sterben! Hier einer von den Typen hat noch irgendwie so ein Sturmgewehr. Das brauche ich ehrlich gesagt gerade. Ah, fuck you. Na, das war jetzt doof. Na, Gott. Na, Moment. Endlich. Na, Moment. Das ist ne Shotgun. Das ist ne Shotgun. Wie, das funktioniert jetzt nicht. Ja, es funktioniert. Das wollte ich nämlich mitnehmen. Und die Band spielte auf. Ja, Hinweis mitgenommen. Ah, aber ein Übersehen. Schade. Hier ist nichts. Ganz schnell abchecken. Hier ist auch nichts. Ja, die Tür muss ich immer auf und zu gehen. Ja, die Tür muss ich immer auf und zu gehen. Ich habe nicht auf und zu. Ach, was ich weiß. Was? Ich habe es in dem Bauen. Ich habe es in dem Bauen. Ich habe es bei Passos und Marcelo. Wenn ich schon mal hatte, dass sie nicht so gut waren, während ich war, mit einem Bauen, mit einem schweren Stammerzlager, und eine schlechte Entspannung, ich würde nicht mehr auf sie gehen. Ich habe es noch nicht in der Lage, zu werden. Ich habe nicht zu viel über nichts gedacht. Jetzt, ich erinnere mich. Es war nicht so kosher. Was ist ihr Name? Daphne. Fahne. Ich denke, es ist besser, wir versuchen zu finden. Ja, okay. Los geht's. See, ich habe nicht gedacht, Passos war ein schlechtes Mann. Er hat nicht versucht, diese Frau oder die Crew zu retten. Hier. Ich weiß, du kennst dich um hier. Sie benutzen dieses Gebäude und gehen über den Kanal. Komm, wir werden sie holen, wir holen sie. Ich habe ein paar Sachen, die ihr im Hintergrund verfolgt. Die ich jetzt auch nicht mehr, aber ganz weiß. Wie gesagt, ich habe das Spiel erst... Das letzte Mal, als ich das Spiel durchgespielt habe, ist schon ein oder zwei Jahre her. Deshalb weiß ich nicht mehr die ganze Hintergründe. Ich soll verstehen... Mir ist diese ganze Situation ein bisschen verschleierhaft. Aber irgendwie ist das Ding nicht so geil. Das Ding ist echt nicht so geil, weil man muss durch das Visier schießen, wenn man zielt. Ist ganz gut. Sack! Ah, ne. Ja, Max, tritt dich noch ein bisschen. Bist eh leer. Das Geräusch. So. Die eine Waffe zu nehmen, schlechte Idee. So. Schön ruhig bleiben. So. 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 Ich weiß nicht was ich erwartet. Auf einem Busschen mit einer Brunnen und Schlecht-Artist-Artist-Artist-Artist-Artist-Artist-Artist-Artist-Artist. Ich wäre das Kabarett. Schreie was mir vor mir ist leichter als zu kommen mit der Realität. So. So. Wundervoll. Was haben wir denn hier? Was haben die denn so gedroppt? Was ist denn so gedroppt? Nope. Das ist die Shotgun. Vorbei. Na egal. Ich habe dich hier gesehen. Oh. Ups. Da ist er gestolpert. Tut mir leid. Weg da. Okay. Ist anscheinend doch nicht so viel. Oh. Uh. Oh. 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 Ich habe einen Freund von euch hier. Maximal Action. Oh, passend. Das ist gerade echt passend, dass die Fluff genau hier liegt. Oh. Liegt hier noch etwas Nützliches? Nope. So, gehen wir mal hier durch. Jawohl, durch die Tür erschossen. So, was haben wir hier? Alles cool, alles easy. Letztes, alles easy. Das sah aus wie der Weg nach oben, aber es war lockt. Ich musste einen Switch finden. Tja. Nichts, da ist das. Ich gehe nochmal draußen gucken. Wahrscheinlich ist hier noch was, ne? Oder vielleicht auch nicht. Hm, schade. Entscheidend auch nicht. Ach, hier können wir nicht durch. Ah, fuck. Ich bedrück das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe oder so. Oh, na gut, dann halt nicht. So, leg dich hin. Wunderbar. War ein bisschen viele. Oh, mein Geschmack. Nicht so. So, wunderbar. Ist hier noch was? Irgendwelche antiken, antiken Sachen. Schade. Ist hier noch was? Arschgesicht, ey. Junge, Junge. Das ist doch fies, wenn er da ums Eck wartet. Okay. War leider nicht erfolgreich. So, hier war was. Da bin ich mir sicher. Ja, die Amerikaner hatten eine lange und checkerte Historie von Involvement in Panama. Das war mein sorry, Kapitel. Für was es wert ist. Na ja. Die Geschichtsbücher müssen, dass sie glaube ich nicht unbedingt, äh, ja, festhalten. Oh, oh, das sieht nicht so schön hier aus. Jesus Christ. Jesus Christ. Ich glaube, das ist so schön hier aus. Ich glaube, Passos wurde auch mit das Ohr gefüllt. Das ist so schön hier aus. Und das ist so schön hier aus. Oh, das ist so schön. Vielen Dank.